So Leute, das letzte Ende. Wir verweigern uns und lehnen ab. Was auch immer das bedeutet. So sei es in ganz anderen... Der Zyklus geht weiter. Ja. Der Zyklus geht weiter. Und das bedeutet nur eins, ja. Wenn Sie das hier hören, besteht noch Hoffnung. Darauf, dass Sie unsere Fehler nicht wiederholen. Wir bekämpften die Reaper, konnten sie aber nicht aufhalten. Wir haben alles getan und den Tiegel gebaut. Es hat nicht geklappt. Wir haben als vereinte Galaxie gekämpft. Es war nicht genug. Hoffentlich kann Ihnen die Information in dieser Kapsel helfen, bevor es zu spät ist. Mein Name ist Dr. Leara Tisoni. Dies ist der Bericht über unseren Krieg gegen die Reaper. Das kürzeste Ende. Interessant, dass Sie es noch eingebaut haben. Guckt euch mal das da unten an. Ist das wirklich alles geschehen? Wir werden nie erfahren, wie es genau war. Aber ja, die Archive erzählen die wahre Geschichte jener, die vor uns kamen. Sie führten einen furchtbaren Krieg, um ihn uns zu ersparen. Und deshalb haben wir Frieden? Ja. Ohne das, was Sie erreicht haben. Ohne die Informationen, die Sie hinterließen, wären auch wir bedroht. Was wissen wir sonst noch über Shepard? Nur das, was in den Archiven steht. Aber ich habe dir längst nicht alle Geschichten erzählt. Kannst du mir noch eine erzählen? Bitte. Es ist schon spät. Aber in Ordnung. Nur noch eine. Hm. Irgendwas ist ganz, ganz merkwürdig. Komisch. Wir haben die Reaper-Bedrohung beendet. Ich dachte, der Zyklus geht weiter. Widerspricht sich das nicht irgendwie? Naja, wie auch immer. Die nächsten Bonus-Parts werden sich dann um den Codex und über Waffen drehen. Und dann werde ich irgendwann auch mal mein volles Fazit ziehen. Da muss ich mir echt mal Sachen aufschreiben, denn es sind so viele Gedanken. Ich glaube nicht, dass man sie einfach so drauf losreden kann. Wie auch immer. Jetzt habt ihr alle Enden das Extended Cut DLCs gesehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt Klarheit darüber, wie dieses Spiel enden kann. Ja. Bis zu den nächsten Parts. Tschüss.